Bonjour Madame et Monsieur. Bonjour. Mehr kriege ich leider nicht raus, aber das ist eine schöne Einleitung, Frau Winzer, weil es brennt ja zurzeit nicht nur die Sonne, sondern vor kurzem auch noch Frankreich. Und brennt immer noch. Brennt immer noch, ja. Und ich denke, das wird mal so ein Teil des heutigen Themas mit abdecken, wo es um die großen Fragen der Migrationspolitik geht. Ja, wir haben uns nämlich überlegt, Herr Möller, dass wir gesagt haben, wir nutzen mal die Sommerpause, um die Migrationspolitik nicht nur hier in Thüringen zu betrachten oder auf Bundesebene, sondern auch mal die Blicke schweifen zu lassen. Nach Europa. Nach Europa und zu gucken, was passiert denn in unseren Nachbarländern eigentlich. Ja, und als allererstes sind wir dann natürlich klar auf Frankreich gestoßen. Dort geht es ja ganz ordentlich zur Sache. Ja, üble Sache. Also vor drei, vier Wochen war das ja der Höhepunkt, wo dort im Grunde genommen die Gewalt geradezu eskaliert ist. Und was hier versucht wird, so ein Stück weit natürlich auf die alte koloniale Rolle Frankreichs zu schieben, das kann natürlich nicht wirklich mehr als Erklärungsansatz ausreichen. Es steht halt fest, dass die Gewalt, die dort erfolgt ist, von einer ganz bestimmten Bevölkerungsschicht ausgeht, Migranten aus Afrika, aus Nordafrika vor allem auch. Französisch-sprachiger Raum. Genau, die mittlerweile natürlich längst die französische Staatsbürgerschaft haben, oft auch als Franzosen schon geboren worden sind, die aber im Herzen immer noch erkennbar sind als ehemaliger Algerier beispielsweise. Wo man also diesen algerischen Migrationshintergrund noch hat oder eben aus anderen ehemaligen Kolonialländern Frankreichs. Ja, dort ist es ja bisweilen so, dass wir sogar schon über die fünfte Generation sprechen in Frankreich, die sich dort in den Vororten wesentlich niederlassen. In Beignös, ne? Genau, und das ist so ein bisschen das Problem, diese Vorortproblematik, da wo sich eben jetzt auch die Krawalle wieder zugetragen haben. Noch ganz kurz passiert ist, was in Frankreich? Ja, da ist ein Jugendlicher bei einer Polizeikontrolle, wollte sich dieser Polizeikontrolle entziehen, durchwegfahren und ist da, wenn ich mich richtig in Sinne, erschossen worden. Genau, ja. Also man hat ihn versucht dann an der Flucht zu hindern, dabei ist er erschossen worden. Die französische Polizei ist durchaus bekannt, dass sie rabiater vorgeht, als es die deutsche Polizei macht. Und das hat hier dann diese entsprechenden Ausschreitungen und Brandschatzungen und, ja, Terrorismus ist es ja im Grunde fast nass. Ich habe Bilder gesehen, wo also solche, ja, Bandenmitglieder mit Scharfschützengewehren auf den Dächern dieser Wohnblocks lauern, ob da Polizisten kommen. Also es ist Wahnsinn, was da gerade passiert. Das kann man sich gar nicht sagen. Es ist richtig im Grunde die Vorstufe eines Bürgerkriegs. Ist ja auch so kommuniziert worden, auch im französischen Fernsehen, da ging die Angst um, muss man ganz deutlich sagen. Völlig zu Recht, da brannten auch richtig Kulturgüter. Das muss man auch sagen. Und was man auch feststellen kann, in Frankreich findet das statt, was man hier nur sehr, sehr in Deutschland, also, sag ich mal, eher subkutan noch wahrnimmt. Wenn man ein wachen Auge ist, sieht man es auch. Aber es ist eine Gewaltwelle von Migranten gegen typische Europäer, also gegen den klassischen Europäer. Es ist also auch rassistische Gewalt. Wobei, nach der Neudefinition des Rassismus, gibt es ja keine rassistische Gewalt gegen die Europäer, weil die ja hier in der Mehrheit sind, angeblich. Ja, man kann schon sagen, das ist gewissermaßen wirklich ein Hass gegen die französische Regierung. Das wird auch so offiziell... Und die aufnehmende Bevölkerung. Genau. Der Nationalfeiertag der Franzosen am 14. Juli konnte auch gar nicht wie üblich groß gefeiert werden. Aus Angst, dass es dort wieder zu erneuten Ausschreitungen kommen wird, hat man dann große Feierlichkeiten abgesagt. Ist schon irgendwie traurig. Dass man sich durch solche Geschehnisse ja auch politisch so in die Enge treiben lässt. Ja, na gut. Das Problem ist jetzt bei den Franzosen erst mal da. Und man muss halt sagen, es ist ja so, man sagt oft, Frankreich ist Deutschland zehn Jahre voraus. Ich würde sogar sagen, in Teilbereichen sind sie deutlich weiter voraus. 20, 30 Jahre. Also wenn man es mit Ostdeutschland beispielsweise vergleicht. Ja, aber man erkennt halt, was passiert, wenn selbst in der vierten und fünften Generation Migranten, die, sag ich mal, ethnisch relativ homogen sind, ja, also ehemaliger Algerier, ehemalige Einwohner aus anderen kolonialen Bereichen Frankreichs, wenn die sozusagen nicht wirklich integriert werden, sondern Parallelgesellschaften ausbilden. Und dabei auch man aus falschen Erwägungen die Leute eben auch nicht zwingt, sich, sag ich mal, in die Aufnahmegesellschaft zu integrieren. Aber Herr Möller, man kann doch jetzt schon sagen, Frankreich ist ein lebendiges Beispiel für eine gescheiterte Integration. Absolut, genau. Weil man eben Parallelgesellschaften zugelassen hat und die haben sich verfestigt. Und letztlich ist das das Ergebnis dessen, was wir gerade, was hier in Deutschland seit ein paar Jahren begonnen worden ist. Wenn ich an die Clan-Krawalle denke, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, wo syrische Clans gegen libanesische Clans gekämpft haben und wo dann nicht sozusagen der Rechtsstaat das geregelt hat durch Polizeieinsatz und durch Gerichte, sondern Friedensrichter. Man lässt diesen Leuten ja wirklich auch die Möglichkeit, die Konflikte auf ihre Art zu lösen. Und dazu zählt halt erst mal initiale Gewalt und dann kommt irgendwann der Friedensrichter. Das ist die Aufgabe des Rechtsstaats und der Beginn der Parallelgesellschaft. Und wo er hinführt, das sehen wir in Frankreich. Ja, oder auch in Berlin. Ganze Stadtviertel bereits, wo sich die Polizei nicht mehr reintraut. Richtig, man sieht es ja im Grunde genommen gerade im Sommer immer und überall. Also wir hatten jetzt wieder diverse Freibadvorkommen, wo es zu Gewalt kam, auch wieder von Leuten, die sich nicht integrieren wollen. Dann hatten wir in Görlitz diesen Angriff von Ausländern auf diese Abifahrer beispielsweise. Was ist da passiert? Naja, die haben, also in Görlitz haben 20 Männer, es waren also Syrer und Türken waren auf jeden Fall mit dabei. Also auch wieder klassischer Migrationshintergrund, haben dort eine Abifahrer angegriffen. Also auch durchaus mit Gewalt. Und das finden wir mittlerweile jeden Tag. Frau wird in Dresden am helllichten Tag im Park vergewaltigt von einem Araber. Aber dann die Messerattacken der letzten Wochen, das ist auch an Zahl und Umfang einfach und auch was den Folgen angeht, überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was wir in den Jahren zuvor hatten. Ja, Deutschlands Innenstädte verkommen irgendwie immer mehr zu Kampfarenen, hat man das Gefühl, oder? Und dann war ja noch Gießen. Genau, das meine ich nämlich, das ist ja die Spitze des Eisbergs ein bisschen gewesen in den letzten Tagen, unser afrikanischer Bürgerkrieg in Gießen. Ja, ganz üble Geschichte. Auch da wird ein Konflikt aus Afrika letztlich auf deutschen Boden ausgetragen. Nämlich der Konflikt zwischen Regierungsanhängern aus Eritrea und der Opposition sozusagen. Und das kann natürlich letztlich nicht sein, dass man sowas auch noch ermöglicht und dass das dann solche Folgen haben kann. Also man hat ja versucht, wohl dieses Festival zu verbieten oder zu untersagen. Das habe ich auch gelesen, ja. Aber die Gerichte haben in ihrer unendlichen Weisheit entschlossen, dass das ja schon sein darf und auch okay ist. Ja, und die Folgen davon, die konnte dann in Gießen jeder bestaunen. Ich meine, daran wird eben auch klar, wohin, sage ich mal, die lokale Politik, die man wählt, führt. In Sonneberg sind solche Zustände bis auf Weiteres nicht zu erwarten. Und das hat durchaus seine Gründe. Denn die Bevölkerung dort wählt auch ganz anders als beispielsweise in Gießen. In Gießen hat man diesen multikulturellen Albtraum, den man da erlebt hat, letztlich auch gewählt. Tja, die Frage ist, kommt es bei den Wählern an? Stellen die die Verknüpfung her? Was denken sie? Und das ist spekulativ. Ich denke schon, dass einige ihre Wahlentscheidungen überdenken. Und dass sie vielleicht das nächste Mal nicht mehr auf diese Plattitüden hereinfallen, von wegen, dass die Welt bunt ist und dass Zuwanderung doch gut ist. Ich denke, das ist eindrucksvoll durch die Realität in Gießen widerlegt worden. Und auch da wird es sicherlich einen Umdenkprozess geben. Aber der wird sicherlich viel langsamer ablaufen, als das hier im Osten geschieht. Deswegen denke ich auch, dass, was die Frage der Migrationspolitik und den Wechsel der Migrationspolitik angeht, die Trendwende nicht etwa in Berlin stattfindet oder in Westdeutschland, sondern wird hier im Osten stattfinden, auf Landesebene. Das sind doch alles nur Einzelfälle, Herr Möller, oder? Ja, da haben sie natürlich jetzt die klassische Argumentation unserer politischen Gegner und auch der Medien wieder mal sozusagen benannt. Aber das lässt sich ja beispielsweise, also die Problematik der Zuwanderung in Gewalt beispielsweise lässt sich auch durchaus aus der Kriminalstatistik ablesen. Ich meine, es wird ja immer behauptet, wir hetzen hier ohne Sinn und Verstand. Nein, wir halten uns schon an Fakten. Und wenn ich mir die polizeiliche Kriminalstatistik von Thüringen anschaue, aus dem Jahr 2022, da haben wir bei der Gewaltkriminalität einen Anteil nicht deutscher Tatverdächtiger am Gesamtvorkommen von 26 Prozent. Wir haben aber in Thüringen gerade mal circa 5 Prozent Ausländeranteil. Also der Anteil von Ausländern an der Gewaltkriminalität ist im Vergleich zum Bevölkerungsanteil verfünffacht. Wie erklärt man das? Das ist sicherlich nicht dadurch zu erklären, dass die Leute um ihr Essen kämpfen müssen oder um ihre Unterkünfte, denn sie werden ja hier menschenwürdig versorgt. Das sind also kulturelle Aspekte, die da eine Rolle spielen. Ja, die Frage, die sich mir da stellt, wir haben ja auch in der letzten Folge darüber gesprochen, über diese sogenannte Fachkräfteeinwanderung. Ich frage mich ja dann immer, holen wir uns da tatsächlich Fachkräfte ins Land oder weitere Konfliktherde? Die Frage muss man doch auch stellen, oder? In dem Zusammenhang. Ganz genau. Also das ist eben auch der Punkt, warum macht man das überhaupt? Man sieht, was in Frankreich abläuft, man sieht auch beispielsweise schon viele Jahrzehnte in Amerika, wie eine multikulturelle Gesellschaft sich separiert, wo also diese Ethnien im Wesentlichen nebeneinander her leben. Vielleicht in den großen Städten, in New York, wo sich eine Bevölkerungsschicht herausgebildet hat, die völlig identitätslos einfach nur dem Geld nach eifert, bei denen diese ursprünglichen Identitätsfragen keine Rolle mehr spielen. Da mag das anders sein, aber das ist ja nicht die Regel, sondern die Regel ist, dass die Afrikaner ihr Viertel haben, also die Menschen mit afrikanischen Wurzeln ihr Viertel haben, die Chinesen haben ihr Viertel, die Europäer haben ihr Viertel und so lebt man nebeneinander her. Das mag alles funktionieren, solange es eine starke Ordnungsmacht gibt, die auch akzeptiert ist, die respektiert wird, aber genau das haben wir ja in Deutschland nicht und wir haben es auch in Frankreich nicht. Also in dem Bereich hat ja Europa doch einiges nachzuholen. Die Frage ist halt, wollen wir tatsächlich in so einem autoritären Staat leben oder wollen wir nicht lieber in einem Staat leben, wo die Regeln ungeschrieben akzeptiert werden? Wo man ein gemeinsames Verständnis hat, was gut und was richtig ist und was falsch ist. Ja, das ist eine Grundsatzfrage. Wie will ich den Staat organisieren? Ja, das Modell der AfD sieht so aus, dass wir sagen, Fachkräftenachwuchs muss aus eigener Kraft bewältigt werden, herangezogen werden. Das heißt, wir brauchen eine vernünftige Familienpolitik, die die Familien wieder in die Lage versetzt, sich auch Kinder leisten zu können überhaupt. Und letztlich muss es eben so sein, dass das Leben mit Kindern schön ist und keine Belastung ist. Ja, dass man nicht jeden Euro zweimal umdrehen muss. Genau, aber da steht ja auch eine Einstellungsfrage dahinter. Wie gehe ich mit Kindern um? Wenn heutzutage diskutiert wird, dass Kinder vor allem das Klima belasten, dann ist das eine absolut desaströse Art und Weise, Stimmung gegen Kinder zu machen. Und das wirkt sich letztlich natürlich auch auf die Demografie in Deutschland aus. Das heißt, da würden wir ansetzen und das Gegenkonzept der etablierten Politik seit Jahrzehnten übrigens ist ja, Familien immer weiter zu belasten und die erforderlichen Fachkräfte oder Arbeitskräfte aus dem Ausland heranzuholen. Das begann in den 60er, 70er Jahren mit relativ gering qualifizierten Fachkräften aus der Türkei beispielsweise. Vietnamesen waren viel da. Vietnamesen sind auch viele gekommen, gab es auch hier im Osten, wobei man durchaus sagen muss, also es kamen da natürlich auch richtige Facharbeiter, mit denen man durchaus auch was anfangen kann. Aber wenn man sich wiederum die letzten 30 Jahre anschaut, da nehmen wir natürlich eine Zuwanderung in das Sozialsystem wahr. Da kommen natürlich auch ein gewisser Prozentteil Fachkräfte, auch ein paar Ingenieure sind dabei und ein paar Informatiker. Aber der große Anteil, das sind halt tatsächlich dann Leute aus dem Bereich der Sozialmigration, Armutsmigration. Und das merkt man eben daran, dass vor kurzem der Chef der Jobcenter sagte, mehr als die Hälfte der Bürgergeldempfänger haben keinen deutschen Pass. Ich meine, das ist eine klare Aussage. Sozialleistung, die ursprünglich für die eigene Bevölkerung gedacht war, finanziert mittlerweile die Armutsmigration. Und das ist eigentlich der beste Beleg dafür, dass diese Fachkräftezuwanderung eben nicht funktioniert. Tja Herr Möller, aber warum kommen denn keine Fachkräfte? Ich meine, die Landesregierung behauptet das ja immer felsenfest. Es kämen nur Fachkräfte. Die Jobcenter sprechen eine andere Sprache. Die zahlen auch. Woran es liegt? Ja, das liegt beispielsweise natürlich an den Lebensbedingungen, die wir hier echten Fachkräften bieten. Wenn man sich Thüringen anschaut, wir sind immer noch Niedriglohnland. Wir haben ein Durchschnittseinkommen, was unter dem liegt, womit eine Familie wirklich gut lebensfähig ist. Das heißt, wenn wir also ausländische Facharbeiter beispielsweise in Thüringen anlernen würden, sie sozusagen sprachlich integrieren, in die ganzen Arbeitsprozesse einweisen und so weiter und so fort, warum zur Hölle sollen die in Thüringen bleiben? Die ziehen natürlich weiter in westdeutsche Großstädte, wo sie teilweise das 30, 40 Prozent mehr Gehalt bekommen, wo der Kindergartenplatz kostenfrei ist. Ja, und wo sie sich letztlich vielleicht auch in der Umgebung wiederfinden, die sie von zu Hause gewohnt sind. Richtig, wo es also auch schon entsprechende Minderheiten gibt. Noch wahrscheinlicher allerdings, bezogen auf den nationalen Rahmen, ist, dass solche Fachkräfte, die eh schon hoch mobil sind, gar nicht erst nach Deutschland kommen. Weil die sehen natürlich auch, was für Probleme dieses Land mittlerweile hat. Wir haben einerseits hohe Sozialabgaben, auf der anderen Seite geringe Rentenerwartungen, relativ wenig Vermögensbildung. Das sieht in England schon ganz anders aus, in Großbritannien. Ja, also wenn ich zum Beispiel Arzt wäre, ich würde dort eher versuchen, dort anzufangen. Ja, und das ist ja auch das, was passiert. Da sprechen sie was ganz Wichtiges an. Es sagt ja immer keiner, aber die Ärzte und gut ausgebildeten Fachkräfte, die heimischen, verlassen auch zuhauf das Land. Und Ingenieure, ich meine, oder ITler, ich meine, wenn ich Informatiker bin und will was werden, will richtig Erfolg haben, da gehe ich doch nicht nach Deutschland. Da gehe ich ins Silicon Valley. Da sitzen die ganzen Leute, die ganzen Firmen, die, sag ich mal, wo die Zukunft entwickelt wird. Die entsprechende Visionsfähigkeit fehlt doch in Deutschland mittlerweile völlig. Das ist ein Grund, warum sich die Migration, an der die Etablierten ein großes Interesse zeigen, eben warum die um Deutschland ihren Bogen macht, als nach Deutschland zu kommen. Natürlich bleibt immer mal der eine oder andere hier hängen, aber das ist nicht systematisch. Also systematisch ist bei uns die Sozialmigration, das merkt man eben auch, an dem hohen Anteil im Bürgergeldbereich. Ja, da sprechen Sie es an. Es kostet eben Geld. Genau. Und ich meine, man kann es den Leuten ja letztlich nicht mehr verwehren. Wenn man ein gesundheitliches Problem hat, beispielsweise den Mund voller Zahnstummel hat, die mal dringend saniert werden müssten, ja, man kommt nach Deutschland und hat Anspruch auf diese Leistung. Man hat Anspruch, ohne jemals was eingezahlt zu haben. Phänomenal. Ja, und genau so locke ich letztlich natürlich auch Sozialmigration nach Deutschland oder bei anderen Krankheiten geht das weiter. Oder wenn man sich die Durchschnittsgehälter anguckt in Südosteuropa oder in Nordafrika und dann anschaut, was man hier allein an Taschengeld bekommt, schon in den ersten sechs Wochen. Das ist ein Riesenunterschied. Ja, das haben eben junge Leute nicht. Ganz genau so ist das. Und viele Kinder haben nicht mal ein Taschengeld. Und die haben nicht mal eine warme Mahlzeit am Tag. So sieht das aus. Und da, sage ich mal, ist die Forderung, die jetzt auch von so einer Vordenkerin des etablierten politischen Lagers der Wirtschaftsweisen Schnitzler aufgemacht worden ist, nämlich 1,5 Millionen Zuwanderer wären im Land pro Jahr erforderlich. Ja, also eine gigantische Zahl, muss man sich mal überlegen, 1,5 Millionen Zuwanderer, ja. Das ist letztlich asoziale Politik konsequent zu Ende gedacht. Denn angelockt werden die durch die hohen Sozialleistungen, die man andererseits, und da ist die Frau Schnitzler selbst, also Meister Mats in Forderung aufstellen, andererseits versucht man dann, das Geld wieder bei den eigenen Leuten zu sparen, wenn man die Witwenrente beispielsweise streichen möchte. Ja, oder jetzt die Debatte um das Elterngeld oder das Ehegattensplitting. Ganz genau. Ich muss mich wirklich fragen. Ja, also die, die in unserem Land das Land letztlich überhaupt noch am Laufen halten oder am Laufen gehalten haben, im Fall der Witwenrentnerin, die sollen nun beschnitten werden. Bestraftregelrecht. Ja, damit man Sozialmigration finanzieren kann. Das ist wirklich, also man bleibt da nichts anderes übrig, als zu sagen, das ist Ausdruck einer wirklich asozialen Politik. Ja, man fragt sich, was steckt wirklich dahinter, oder? Das kann doch nicht ernst sein. Ja, ich glaube tatsächlich, dass ein Stück weit auch als Erkläransatz dieses ganze globalistische Denkmodell dahinter steht. Also wenn man natürlich mit Nationen generell auf Kriegsfuß steht, weil man mit dem Begriff der Nation alles Schlechte in der Welt verbindet. Einerseits die ganzen Konflikte der Vergangenheit, ja, andererseits auch die Ungleichheit, wie Reichtum und wie das Glück auf der Welt verteilt ist. Wenn man das alles auf die Nation projiziert, dann ist es durchaus logisch, also innerhalb der eigenen Logik, ja, wenn man sagt, okay, wir müssen was anderes finden als die Nation und das ist ja der Ansatz des Globalismus. Jeder ist überall zu Hause, jeder darf überall sein Glück suchen, ja. Es gibt keine Vorbedingungen mehr, alles wird ausgehandelt. Nur das ist eben nicht unser Konzept, ne, wir als AfD. Genau. Und ja, letztlich ist diese globale Politik natürlich auch eine Politik, die Identitätslosigkeit fördert und 80 Prozent der Thüringer werden das nicht mittragen, weil ihnen ihre Identität einfach mal unglaublich wichtig ist. Weil sie auch wissen, was alles dranhängt. Die Freiheit hängt dran, die Solidarität hängt dran. Ich kann mich nicht mit Leuten solidarisieren, von denen ich ewig weit weg bin in meiner Lebensrealität, ja. Tja, Herr Möller, was sagen Sie denn, was können wir unternehmen oder was sollte die Landespolitik unternehmen, damit es im Osten, in Thüringen nicht zu solchen Zuständen kommt wie in Frankreich oder in Gießen? Ein ganzes Bündel an Maßnahmen müssen wir letztlich ergreifen. Das Wichtigste ist natürlich, dass wir all diejenigen abschieben, die keinen Aufenthaltstitel hier haben, die ja so verstreckbar ausreisepflichtig sind. Das werden jeden Monat letztlich mehr, weil die Landesregierung da ein Vollzugsdefizit hat. Ja, aber warum? Warum geht es denn da nicht vorwärts? Das verstehe ich auch nicht. Weil sie keinen Bock hat. Eine andere Erklärung finde ich dafür leider nicht. Natürlich haben die immer Ausreden. Es gibt dann Abschiebehindernisse beispielsweise. Hat jemand gefehlt bei der Abschiebung? Aber warum muss ich eine Familie immer komplett abschieben? Wenn die Mutti fehlt, dann schiebe ich eben nur einen Vater und die Kinder ab. Sollte eigentlich möglich sein, dann wird die Mutti dann schon sich melden. Und dann wird es halt in den nächsten Flieger gesetzt. Also solche Möglichkeiten gibt es ja in anderen Rechtsstaaten, demokratischen Rechtsstaaten auch. Warum nicht bei uns? Und das ist auch nicht sanktionierbar. Ich meine, ich frage mich immer, das wird einfach geschoben und ging nicht und ist nicht. Also ich habe mich da mal mit einer Mitarbeiterin einer Ausländerbehörde unterhalten, die also einen sehr, sehr hohen persönlichen Anreiz auch hatte, das dann auch hinzubekommen, dass eine Abschiebung gelingt. Und die haben teilweise in ihrer Freizeit dann beobachtet, sind die Leute vor Ort, kann man die dann am nächsten Tag antreffen. Also natürlich kann man da einiges vorbereiten. Man kann, wenn man weiß, dass jemand schon mal flüchtig war, den natürlich auch in Abschieberhaft nehmen beispielsweise. Oder schon mal unterbringen, dass man also das frühzeitig vorbereitet. Man muss natürlich auch schauen, dass bestimmte Informationen nicht durchgestochen werden, beispielsweise über sogenannte Migrantenvereine, die teilweise extrem gut angebunden sind an die Informationen, die in den Behörden zusammenlaufen. Das ist auch kein Zufall, dass es ausgerechnet im rot-rot-grünen Thüringen so ist. Und ja, dann beispielsweise die Ausrede, dass es keine Flüge in das Heimatland gibt. Was für eine blöde Ausrede. Zum einen kann ich Flugzeuge auch chartern. Zum anderen muss ich auch nicht zwingend nur ins Heimatland abschieben. Ich kann ja auch in einen anderen sicheren Drittstaat abschieben, wenn der einverstanden ist und die Leute zurücknimmt. Ich sage es mal so, selbst wenn wir für jeden ausreisepflichtigen, abzuschiebenden Migranten einem aufnahmebereiten Staat noch mal 5000 Euro zahlen, ist das für Thüringen ein Bombengeschäft. Weil die Sozialleistungen innerhalb eines Jahres diesen Betrag um ein zigfaches übersteigen. Da haben wir noch gar nicht von der Wohnungsnot gesprochen. Ja, das kommt ja auch noch dazu, dass dieses ganze Abschiebedefizit letztlich auch Konsequenzen hat für die eigene Bevölkerung. Gerade in Großstädten ist es ganz besonders schlimm. Und also Abschiebung ist sicherlich ein wesentlicher Aspekt. Dann muss man natürlich sagen, braucht es wieder eine Refokussierung im Bereich des Asyls- und Flüchtlingsrechts, an dem wir ja grundsätzlich festhalten wollen, dass man sagt, das ist ein Recht auf Zeit. Also wenn Leute tatsächlich gehindert sind, in ihrem Staat, wo sie herkommen, in ihrer Heimat sicher zu leben, weil sie dort beispielsweise politisch verfolgt werden, dann tatsächlich muss man denen hier eine Perspektive geben. Dann ist aber tatsächlich Voraussetzung, dass sie sich hier bestmöglich integrieren, einerseits. Und dass bei denen absehbar ist, dass die Gründe, warum sie aus ihrem Land geflohen sind, vorübergehend sind, dass man da natürlich auch die Rückkehrfähigkeit erhält. Das ist auch ganz wichtig. Und bei denen, wo das nicht der Fall ist, die jetzt schon jahrelang hier sind, wo es aus rechtlichen Gründen Probleme gäbe, wo man sie also nicht abschieben kann, da ist es natürlich wichtig, dass man ganz, ganz konsequent auf ein hohes Maß an Integration achtet. An die Bereitschaft, diesen Staat und die Traditionen, die hier gelten, die Lebensweise, die hier gelten, dass man die übernimmt. Dass man also akzeptiert, dass wenn man ein Treffen mit dem Lehrer seiner Kinder hat, die Hand gibt hier in Deutschland. Ganz genau, beispielsweise. Und da fallen uns sicherlich jetzt noch viele, viele weitere Aspekte ein. Frage und Weise des Umgangs mit Frauen, beispielsweise oder aber auch Frage des Umgangs mit Homosexualität. Gerade bei der Zuwanderung aus dem arabischen Raum sehe ich da enorme Konflikte. Integration im Unterricht, da fällt mir auch unser Antrag wieder ein, Herr Möller. Da sind wir ja aktiv bestrebt, da auch für mehr Integration zu sorgen, indem man natürlich auch den Kindern die Chance gibt, besser Deutsch zu lernen und dem Unterricht dann auch besser zu folgen. Ja, vor allem durch eine Quote, dass man eben Schulen nicht völlig überfordert und da teilweise einen sprachlichen Integrationsbedarf von über 60 Prozent hat, wie das hier in Erfurt teilweise schon der Fall ist. Eben, also das schadet ja beiden, das schadet den einheimischen Kindern und es schadet aber am Ende auch den Zugewanderten. Ganz genau, also das ist dann wahre Integrationspolitik, wenn man es mit dem Begriff ernst meint. Und ich meine, das muss man halt einfach mal ganz klar sagen, auch die AfD wird das Rad nicht zurückdrehen können auf den Zeitraum vor 2014. Das geht nicht. Also die alte Bundesrepublik, die ist tot. Die kommt auch nicht wieder. Was wir machen werden, wir werden was Neues aufbauen, da werden aber eben auch beispielsweise Leute mit Migrationshintergrund dabei sein, die sich hier gut eingelebt haben, die ihr Schicksal im Grunde mit dem deutschen Staat und mit der deutschen Nation untrennbar verbunden haben. Und da sehe ich, auch was unsere Wählerschicht angeht und auch unsere Parteimitglieder angeht, da sehe ich auch keinen großen Konflikt. Das ist durchaus akzeptiert. Das Problem, und dessen muss ich beispielsweise auch eine AfD-Regierung annehmen, das sind vor allem die Trappelmäger, die die Ärger stiften, die die Regeln nicht akzeptieren, die das Sozialsystem und die Solidarität auch aufs Frechste ausnutzen. Ja, so eben wie in Frankreich, um mal den Bogen zurückzuspannen zum Einstieg. Oder eben Kriminalitätsphänomene wie in Ilmenau, wenn da eine Bande von jungen Männern in Anführungsstrichen die Bevölkerung in der Innenstadt terrorisiert, dann muss ich ganz klar sagen, dann haben da viele letztlich versagt. Unter anderem auch der Innenminister, der immer so großspurig auftritt, der offensichtlich nicht in der Lage ist, Recht und Gesetz durchzusetzen. Auch das gehört dazu. Ich denke mir auch immer, wenn die jungen Männer im Wesentlichen auch Beschäftigung hätten, kämen sie vielleicht auch nicht auf so viele dumme Ideen, mal so gesagt. Naja, ich sage mir immer, Ehrenamt zum Beispiel wäre doch ein gutes Beispiel. Könnte man nicht zumindest die Sozialleistungen auch an Aktivität binden? Generell ist es so, dass diese bedingungslosen Sozialleistungen insbesondere im Zusammenhang mit ausländischen Staatsbürgern überhaupt nicht verständlich sind. Warum soll das Vermögen, was normale Menschen, Arbeitnehmer, Unternehmer hier erwirtschaftet haben, warum soll damit eine soziale Hängematte für ausländische Staatsbürger finanziert werden? Das ist nicht akzeptabel. Da gibt es sicherlich den einen oder anderen Ausnahmefall, wo man das begründen kann. Aber bei uns ist der Ausnahmefall ja die Regel. Und das ist das große Problem. Und ich meine eben, es gibt so viel zu tun im Freistaat, wo ich sage, da braucht man auch nicht fließend Deutsch zu sprechen, wo man sich mit Händearbeit und Fleiß in der Gemeinde auch gerade kommunal erkennlich zeigen könnte. Jeder Kommunalpolitiker kennt das. Oder auch der Landespolitiker. Wenn man in den Haushalt reinguckt, bei jeder Haushaltsdiskussion im Bereich des Migrationshaushaltes findet sich da ein Kostenblock für die Reinigungsarbeiten, auch für Glasreinigung beispielsweise, ja, in der Flüchtlingsunterkunft, ja. Und das sind mehrere hunderttausend Euro, die da aufschlagen auf Landesebene, ja. Das meine ich, könnte das nicht intern geregelt werden? Eine absolute Selbstverständlichkeit, ja, dass man sein Zimmer selbst aufräumt, dass man das Fenster selbst putzt, vor allem wenn man keine Arbeit hat, ja. Das, was früher bei den Übersiedlern aus Ostdeutschland, also die aus Ostdeutschland geflüchtet sind nach Westdeutschland, in den Übergangsaufnahmelagern, eine Selbstverständlichkeit war. Warum war es eine Selbstverständlichkeit? Ja, weil es der traditionellen Lebensweise, der sich in Kultur einfach entsprochen hat und ganz offensichtlich sind die eben nicht alle gleich, ne. Da muss man eben klar machen, wenn ihr hier seid, habt ihr euch an diese Regeln zu halten und wer das nicht kann, der muss eben gehen, ne. Da muss es klare Ansagen geben. In Großbritannien, den Quatsch, in Dänemark ist es so, das ist übrigens eine sozialdemokratische Regierung, die das veranlasst hat, dass man nur dann, sag ich mal, überhaupt untergebracht und versorgt wird, wenn man auch bereit ist zu arbeiten, ja. Also das ganze Asylrecht letztlich wird auch damit verknüpft an die Forderung, dass sich derjenige bestmöglich integriert. Und wenn man nach Dänemark guckt, da läuft das auch anders, ne. Da findet man nicht so viele, die wie bei uns auf dem Anger rumlungern, sondern da findet man vor allem viele, die auch auf niedrig qualifizierten Jobs arbeiten beispielsweise. Das ist jetzt nicht, wie gesagt, die Ideallösung und sozusagen der Zustand der Gesellschaft, wie ihn sich die AfD letztlich vorstellt. Wir wollen, das hatte ich ja eingangs schon mal erwähnt, letztlich den Fachkräftenachwuchs, überhaupt den Nachwuchs aus eigener Kraft und aus eigenem organischen Wachstum heraus befriedigen. Aber wenn man versucht, mit der Situation, wie sie die Altparteien geschaffen haben, irgendwie bestmöglich umzugehen, dann muss man eben sagen, die Leute, die hier sind und die hier eine längere Bleibeperspektive haben, die müssen sich in jeder Hinsicht problemlos integrieren. Und wer das nicht kann, der braucht klare Signale, dass es ein Glückwunsch zu suchen soll. Aber nicht bei uns. Ja, Herr Möller, das ist ein ganz schön spannendes Thema. Leider sind wir schon am Ende unserer heutigen Sendung. Ich hätte mit Ihnen gerne noch weiter darüber gequatscht, aber vielleicht haben wir ja noch mal Gelegenheit. Ich bin mir sicher, das Thema ist ja immer top aktuell. Die Migrationskrise wird uns auf jeden Fall weiter erhalten bleiben. Dafür werden die Altparteien sorgen. Aber es gibt ja Gott sei Dank auch noch ein paar andere Themen, auch meist bedingt durch Krisen. Ja, über die werden wir Sie natürlich informieren und Sie auf dem Laufenden halten, hier aus dem Thüringer Landtag. Genau, und bis dahin würde ich sagen, verabschieden wir uns mit dem Wort, was wir auch am liebsten zu gewalttätigen Migranten sagen, nämlich Tschüss. Tschüssi. 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 Tschüssi.